Hey und willkommen zur dritten Folge von Minecraft ISS. Wir sind immer noch auf der internationalen Raumstation fest und müssen zurück auf die Erde kommen. Und wir haben jetzt mal in den letzten Folgen so langsam angefangen, ich hoffe ihr habt die gesehen, gibt's auf dem Kanal, uns hier vorzubereiten die ersten Sachen zu holen. Und ich hoffe mal, dass das auch ein recht einfaches Unterfangen sein wird. Wie es weitergeht, seht ihr jetzt heute in dieser Folge, der Kompressor wird langsam mal gemacht. Und wir kommen hoffentlich in ein richtig gutes Stück voran. Und dann ja, legen wir los. Falls ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr nicht vergessen den Kanal zu abonnieren. Dann landen die bei euch in der Abo-Box. Hilft mir extrem. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Heute Abend ist auch wieder ein Livestream ab 19 Uhr. Schaut rein auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr eventuell wieder live mitgucken. Leute, keine Panik, ihr verpasst nichts. Ich werde in den Livestreams immer die wichtigen Sachen mit aufnehmen und daraus dann YouTube-Folgen machen. Also falls ihr keine Zeit habt, ist nicht schlimm, ihr kriegt hier alles ansonsten mit. Im Livestreams ist halt so, wie gesagt, seid ihr live im Chat mit dabei, könnt Tipps schreiben, vieles mehr. Ist noch ein bisschen interaktiver. Wer Bock hat, schaut rein. Und jetzt geht's los mit dem Video. Leute, Hilfe! Ich bin in einen Eisen, äh Eisen, in einen Eis-Asteroid reingehüpft. Hab ein bisschen was abgebaut und da unten ist ein, äh, komplettes Mob-Utopia drin mit Glowstones und, hä? Also die Glowstones kann man mitnehmen. Hier ist Baum drin, alles Mögliche. Kann ich hier auch. Hallo, hallo, gib mir mal hier, äh, Big Axe und so. Nein, 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 nein. Skelett killt mich. Hab ich's eingesammelt? Ich hab Glowstones eingesammelt, ja. Äh, Blumen sind drin, aber ansonsten nix. Ich wollte Erze suchen. Ich hab, ich hab, bin auf der Suche nach Silicon, ein anderes Material. Und da ist einfach irgendwie ne, ne Mob-Party drin. Gut zu wissen, äh, ich bin fast tot. Ich hab noch ein Leben. Ich hab ein glorreiches Leben. Wow. Was macht er eigentlich mit diesem Ding? Kann man die einsammeln? Nö, ich glaub, die sind nur Deko. Also in diesem Eis-Asteroid, äh, gibt's glaub ich nix Geiles. Schade. Ja, dann alle 16 Erze dabei. Dann gehen wir mal die Quests ab, würd ich sagen. Und zwar, ähm, hier, Common Orars, gibt ein Common Quest. Hier steht auch jetzt ein bisschen drin, ein paar Infos, ne. Ähm, jede Asteroidengröße kann irgendeinen festen Kern innen drin haben. Äh, die häufigsten Materialien sind Aluminium, Eisen und Silicon. Und, äh, einige Asteroiden haben einen Kern, die reich an Erzen sind. Da kann auch Ilmenite, Eisen, Aluminium, Silicon, Solid, Meteoric und Vanilla Diamond Ore drin landen. Das ist interesting. Ähm, wir können dir den Reward erstmal claimen. Und es gibt wohl auch eine Art Scanner, wo wir scannen können mit, das ist dieses Ding hier, ne. Das ist, ist dieser Scanner. Damit könnten wir auch mal gucken, ob wir da loslegen könnten. Da können wir nämlich scannen, was für Material in den Asteroiden drin ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Lass das mal probieren oder so. Und hier vorne hab ich auch schon irgendwas geclaimt. Oh, ne Kiste. Na, wegen Storage. Common Reward, neunmal Blackberry Pie. Alles klar. Ja, wie baut man denn diesen Scanner jetzt? Ich glaub, das ist auch relativ wichtig wegen Tools und allem möglichen. Scanner. Lass mal reinschauen. Der braucht auch wieder RF. Er braucht Iron Platings, Compressed Iron, Plastik? Hilfe. Kann ich denn Plastik machen? Also mit Glück kann ich's ziehen. Ansonsten Papier und Woodchippings. Woodchippings. Paper weiß ich, wo was ist. Paper weiß ich, wo was ist. Kann ich holen. Hab ich in der Kiste gefunden, die der Creeper in die Luft gesprengt hat. Hab ich aber da gelassen, weil ich gedacht hab, keine Ahnung. Ja, und dann könnten wir mit Paper plus Woodchippings. Woodchippings kriegen wir doch bestimmt mit einem Hammer. Wenn ich einen Mutenhammer hab und ein Holster, krieg ich Woodchippings raus. Ich könnte mir das machen. Ich brauch allerdings Compressed Iron, also einen Compressor. Wir müssen also, bevor wir weitermachen, leider doch erstmal hier noch durch. Nämlich den Compressor holen und einen normalen Compressor. Kompressor. Wie viel Compressor gibt's hier eigentlich? Ah, wegen Compressor Recipe. Einfach nur einen ganz normalen Compressor. Wie sieht der denn aus? Da haben wir den doch. Eisen-Ingots, Iron-Plating. Das geht mit Iron-Nuggets. Okay, die können wir easy machen. Äh, nee, jetzt bin ich schon mit dem Elektro-Compressor. Und halt einen Eisenhammer. Und Leute, ich hab aus diesen Teilen, teilweise zumindest, Eisen mitgenommen. Das heißt, wir könnten uns jetzt hier auf jeden Fall schon mal so einen Hammer herstellen. Perfekt, den brauchen wir. Und dann fehlt ein Iron-Plating und dann fehlt ein Iron-Nugget. Das können wir so mitnehmen. Dann muss ich hier ein kleines bisschen Eisenerz jetzt durchschmelzen. Ja, dann haben wir auch noch irgendwo Charcoal. Charcoal hab ich doch irgendwo. Seekstrakt nicht. Blind. Ist natürlich eine andere Kiste drin. Weißt du, voll blind. Ich hab's in die andere Kiste getan. Das war auch schon die Pointe. Schmelzen wir mal durch und dann machen wir mal den normalen Kompressor. Ja, dann glaube ich, haben wir genug Eisen zusammen. Alles durchgeschmolzen. Nehme ich mit. Und Kompressor incoming. Rezept ist recht simpel. Hammer hab ich gemacht. Eisen hab ich gemacht. Iron-Plating. Reinklicken. Rausnehmen. Und wir haben den ersten Kompressor am Start. Wo können wir den denn mal... Ich pack den einfach mal ganz kurz sehen. Der funktioniert mit Kohle. Und wir können auch bei dem Kompressor mal kurz gucken, was der für Rezepte kann. Die sollen nicht schlecht sein. Also erstmal Platten pressen, so wie immer. Heavy-Duty-Blades und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Kann ich noch mehr? Carbon zu Diamond Shards. Irgendwas Nützliches für uns am Anfang noch. Vielleicht steht das dann auch im Questbuch drin, schätze ich mal. Das sieht aber aus. Ziemlich viel mit Ingots, Ingots, Ingots. Irgendwas. Blaze-Powder zu Blaze-Words. Rotten-Flesh zu Kuh-Leder. Okay, aus Zombies kannst du Kühe machen. Auch nicht schlecht. Nether-Quartz. Seed von Applied-Energistics kannst du eine Gasträne pressen. Blaze-Powder und Seeds zu Nether-Watzen. Okay, Quarzblöcke. Zweimal das zu Knochen. Oh, das wird vielleicht noch relevant, wenn wir Richtung zu den Sieben jetzt dann kommen. Gun-Powder mit Blaze. Oh, das ist aber hier... Das sind ein paar nette Rezepte. Ich kann Gold herstellen mit Glowstone. Es gibt hier Glowstone versteckt, ne? In diesen Dingern drin. Und Eisen kann ich mir auch holen. Ich kann mir Gold zusammenpressen. Mit Redstone können wir uns Copper machen. Dann haben wir als nächstes Charcoal plus Iron. Kriegen wir Stil raus? Das ist auch interesting hier. Wir können Sand zu Dust umkompressen. Und nicht hämmern, ne? Sonst konnte man das doch hämmern. Wir können es aber auch mit dem Kompressor machen. Auch in dieser Kompressten-Version zu Kompress-Dust. Und wir können Gravel zu Sand kompressen. Also anstatt das zu hämmern, können wir das im Kompressor verarbeiten. Genauso wie Compressed Cobblestone zu hier. Und genau Plastik. Und wo Papier ist, weiß ich. Das müssen wir uns holen. Das brauchen wir noch. Ich weiß, wo Papier war. Vier Stück. In einem von diesen Wracks, in diesen Hangern aus der letzten Folge. Da war noch was. Hardened Glass können wir machen. Das ist echt relevant und interessant hier. Wir können sogar Kohle zu Kohle. Das sind aber alles Customized Recipes hier. Das sind alles Customized Recipes. Das ist normalerweise nicht möglich. Das ist äußerst interessant. So, noch fünf weitere. Jetzt haben wir nur Ingots. Ich gehe genau auf Cobblestone zu Gravel. So kriegen wir das Zeug her. Kann ich einfach trotzdem einen Hammer nehmen? Wir können Clay machen mit einem Wassereimer. Uff, ich glaube, ich kann mir das nicht alles merken. Obsidian mit Blaze Powder. Aber ich weiß nicht, wo wir Blaze Powder ansonsten herkriegen. Kann man Blaze Powder irgendwo noch? Helle Schmetter. Okay, nee, geht nicht so einfach. Okay, es gibt ein paar interessante Geschichten hier. Aber, Compressor haben wir. Jetzt gucken wir kurz ins Questbuch rein. Und da könnten wir auch eine Belohnung claimen. Also known as Ingot Compressor. Also Tier 1 Machine Block. Blablabla. Wird mit Kohle betrieben. Common Reward. Herr damit. Achtmal Cactus Green. Wow. Und hier am Schluss Basic Sipping. Machen wir einen Siv. Flint Stift Mesh. Ja, ich denke mal, da werden wir als nächstes dran arbeiten oder so. Leute. Wir sind jetzt gerade in diese eine Geschichte hier reingeeilt. Ah, man sieht es von außen nicht so schön. In das zweite Ding, wo wir in der letzten Folge auch drin waren. Schaut mal diesen Cargo Loader rein. Also zunächst mal Rotten Flash. Sollten wir. Warte mal ganz kurz. Gein. Ich kann das nicht rausnehmen. Ich kann das nicht rausnehmen. Kann ich das abbauen? Hier ist ein Strange Seed drin. Von Galactra for Planet. Sieht aus wie so ein Virus. Ähm. Kann ich das abbauen? Also die Poison's Potatoes. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber. Kann man das einsammeln? Nein. Der ist da drin. Ich kann das gar nicht rausnehmen. Die Items sind weg. Erzähl mir doch keinen. Erzähl mir keinen. Raffe ich nicht. Das hier ist übrigens ein Rocket Launchpad. Das sollten wir mitnehmen. Ich nehme die Sache. Du baust das ab. Und das was drin ist. Ist weg. Dieser Cargo Loader. Erzähl mir doch keinen. Okay. Jedenfalls haben wir schon mal jetzt ein Launchpad erbeutelt. Ich habe gedacht. Dass diese Dungeons. Also diese Dinger die wir haben. Dass das einen. Von der Map. Also die Space Station ist ja auch gebaut. Dass das einfach was vorgebautes ist. Und dass wir das vielleicht irgendwann später brauchen. Einfach so. Aber ich wusste nicht. Dass es mehrere davon gibt. Und dass die irgendwie so generiert sind. Oder so. Deswegen würde ich mal sagen. Wir bauen hier mal auch hier die NASA Workbench mal ab. Damit wir da mal eine haben. Ich glaube eine reicht auch. Oder brauche ich da mehr? Nee. Task completed. Neunmal Rocket Launchpad. Wow. Ja. Warte mal kurz. Wenn ich ins Questbuch reingucke. Ist das. Ist das so. Das. Planet Exploration. Ist ja schön und gut. NASA Workbench. Pre-Launch Checklist. Steht auch da. Dass man die finden muss. Also es steht nicht. Dass man die finden muss. Vielleicht muss ich die auch craften. Vielleicht habe ich ein bisschen was geskippt gerade. Kann ich aber nicht vorstellen. Weil hier einfach in Massen die Dinger sind. Ich glaube einer reicht. Oder? Ja komm. Lassen wir die ja stehen. Ansonsten schleppe ich zu viel Schrott mit. Und wenn weiß ich ja wo es ist. So. Dann gucken wir nochmal die anderen Räume rein. Ich werde tatsächlich jetzt ein bisschen. Ja. Aggressiver mit dem Einsammeln sein. Wenn das nämlich so random generierte Dungeons sind. Die nicht so wichtig sind. Dann. Energy Storage Cluster. Eine Batterie ist hier drin. Aber ich werde mal hier mit dem. Mit dem. PigEx abbauen hier. Ja. Dann haben wir schon mal Kabel for free. Astro Miner Base von Galacticraft Planets. Kann ich hier mit. Ja. Mit OrExcavation können wir abbauen. Wir haben einen Aluminium Wire. Die können wir einsammeln. Auch hier mit. Einfach abgebaut. Energy Storage Klasse. Ist leer. Kann ich abbauen. Das wäre nochmal ein Energiespeicher. Energy Storage Module. Nehmen wir auch mal direkt mit. Hallo. Hallo. Und hier in diesem Satchel. Packen wir einfach mal alles rein. Was wir so an Technik jetzt haben. Einfach rein damit. Und eingesackt. Platz im Inventar. Besten Dank. So. Kann das sein. Dass das ein Loader. Nur Regeln zur Übertragung war. Okay. Aber ich hätte gedacht. Das ist eingespeicherte Items. Sealable Aluminium Wire. Wenn ich jetzt hier aufmache. Ist da irgendwas drunter? Nein. Große Preisfrage. Nein. Es ist nichts drunter. Naja. Brauchen wir die? Brauchen wir die nicht? Haben nicht? Haben her damit. So. Aber dann können wir richtig gut blinden. Hier vorne war noch eine Netherwarze. Und da ist auch nochmal ein. Ja. Space Creeper drin. Hi. Hi. Hi to die. Space Creeper to the Sky. Wie war das nochmal? Traumschiff Surprise. Komm mach die Viecher mal weg. Okay. Also die Netherwarze nehme ich auch noch mit. Ich glaube man kann die auf anderen Wege auch noch herstellen und so. Aber. Wir machen das ganz vorsichtig. Und sammeln uns hier. Na. Einschlag noch. Komm. Das müssen wir da wohl hinkriegen jetzt. Down. Der hat Redstone gedroppt. Warum droppt der Creeper denn Redstone? Keine Einwände. Mir fehlt jetzt aber noch ein bisschen Soulsland. Wo das drauf wachsen kann. So. Mit Blick auf die Luft müssen wir gucken wie es weiter geht. An den Ecken können wir auch hier hoch fliegen. Da oben sind auch nochmal Mobs. Da war irgendwie Kryotekammer drin. Uninteressant. Da sind Tanks drin. Uninteressant. Eisen so habe ich rausgeholt. Da vorne war ein Buggy Pad. Ist mir jetzt relativ wurscht. Und da sind Braustand mit ein paar kleinen Sachen drin. Okay. Kann ich. Ich kann jetzt natürlich wieder nicht hier runter. Also ich boxe mich mal raus. Und irgendwo ist noch Papier drin. Das habe ich glaube ich dann doch in der anderen Struktur drin gelassen. Dann. Ja. Ja. Mit den Herzen. Slash Station. Ja. Weil das steht im Questbuch drin. Das sollen wir nutzen. Slash Station spawn muss ich. Und Slash Station home. Zack. Und wir sind wieder in der Base. Das ist. Das steht Leute. Bevor ihr denkt. Nein. Wir cheaten nicht mit Commands. Questbuch sagt. Wir dürfen das machen. Hier. Hier im Tipp. Wenn man zu weit weg ist. Kann man Station home zurück gehen. Und wenn man noch nicht weit genug weg ist. Muss man sich mit Station spawn. 500 Blöcke weg porten. Um wieder zurück zu kommen. Wenn das laut Questbuch hier so drin ist. Leute. Das ist chillig. Nehmen wir. Mit einem kleinen Blick auf die Strahlung. Das mal ganz kurz pennen. Okay. Wir haben richtig was gesammelt. Dann war das Papier woanders. Ich gehe mal kurz in das andere Ding rein. Hole das Papier mir raus. Ich glaube ich habe den richtigen Cargoloader gefunden. Ja. Ich habe das Papier wieder gefunden. Das brauchen wir. Gibt aber eventuell noch ein paar Möglichkeiten. Wie es sonst auch noch geht. Dann würde ich mal auch hier die Sachen ebenfalls mitnehmen. Ich plündere das Ding hier mal leer. Wie gesagt. Ich habe gedacht. Das hat einen Sinn oder so. Das ich später brauche. Und dann will ich immer nicht so viel kaputt machen. Aber. Wir können uns das plündern. Anscheinend gibt es. Ja. Mehrere halt. Hiervon. Ich habe das Inventar ein bisschen entleert. NASA Workbench brauche ich nicht. Hier sind auch noch mal. Buggy. Fueling. Pad. Ich glaube ich werde Buggy's nicht nutzen. Weil ich. Keine Ahnung. Warum soll ich. Brauchen wir die. Sollen wir die. Wollen wir die. Brauchen wir Buggy's. Ich kann eventuell ein bisschen hier Teppich mitnehmen. Vielleicht brauchen wir das für ein Crafting Rezept. Da sage ich auch nicht nein. Her damit. Ich glaube auch wir können. Kann man aus Teppich eine Wolle machen? Geht das rückgängig? Müssen wir vielleicht mal ganz kurz gucken. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Ne. Kann man nur als Brennstoff nehmen. Egal. Ich nehme es dennoch mal mit. So. Da sind ein paar Tränke drin. Aber Harming. Weakness. Poison. Ist mir ziemlich Wurst. Oh. Da sind noch mehr Teppiche her damit. Okay. Und dann sammle ich nochmal alles ein. Oben war auch. Also hier sind nochmal so Kryo-Kammern und NASA-Workbenches. Mir aber auch ziemlich Wurst. Um es so zu sagen. Da ist nochmal interessant. Hier sind nämlich Astro-Miner-Bases. Ich vermute mal, dass das. Also baue ich hier gerade mal ab. Auch hier Energy-Storage-Cluster und sowas. Das können wir mitnehmen. Auch hier die Kabel und alles. Das ist eingesackt, mitgenommen. Daraus können wir vielleicht später selbst Technik bauen. Würde ich sagen. Energy-Storage-Module. Da muss ich es nicht craften. Finde ich. Okay. Sammle ich auch mal mit ein. Und dann machen wir uns wieder zurück. Und gucken mal, wie wir mit dem Questbuch weiterkommen oder so. Das heißt, nächste Quest. Sieb bauen. Check. Haben wir gekriegt. Und jetzt brauche ich noch ein Flint-Stift-Mesh. Flint-Stift-Mesh. Das ist das Ding hier. Dafür muss ich Flint kriegen. Und halt mit Strings ein String-Mesh. Machen das String-Mesh. Äh, ja. Easy peasy. Das ist jetzt nicht das Problem. Da haben wir String-Mesh. Und Flint brauchen wir. Wie kriegen wir Flint? Wir kriegen Flint, indem wir drei Gravel zusammen craften. Wir kriegen Gravel, indem wir im Kompressor Cobblestone zu Gravel umwandeln. There we go. Und, naja. Dann gehen wir mal ganz kurz hier hin. Ich habe ziemlich viel Asteroidengestein. Ja. Mach das mal eben so. Mach das so. Jetzt habe ich ganz viel Cobblestone. Dann holen wir uns hier den Charcoal raus. Ab den Kompressor. Dann packen wir hier den Stein rein. Und dann wird daraus jetzt Gravel. So machen wir das. Dauert einen kleinen Moment. Ich müsste auch vielleicht nochmal losgehen und, ähm, neues Oakwood holen, damit ich neue Charcoal machen kann. Ähm, damit wir da langfristig was von haben. Warte mal, wie lange brennt das jetzt eigentlich hier, diese Charcoal? Och, die geht eigentlich. Ich habe eine reingelegt und ich habe jetzt schon mehrere Hammer-Vorgänge raus. 18 Gravel. Übrigens, Task Completed. Wo war denn die Task für Gravel eigentlich? Also, ich kann auch mal hier kurz claimen. Das war die NASA Workbench. Eine Pre-Launch-Checklist. Wollen wir... Äh, hm. Nicht, dass ich das Ding verlege, wenn ich es brauche. Dann finde ich es wieder nicht. Ich bin halt im Saustall. Ah, hier, Task Completed. Okay, okay. Wir müssen hier verschiedene Materialien sammeln. Gravel, Sand, Solzen, Netherrack, Hardened Glass, Clay, Plastik, Blazerod. Und, wo geht man denn Blazerod her? Ähm, das Ding hat durchgehämmert. Und jetzt kann ich hier daraus, nein, im Crafting-Feld, Flint machen. Das heißt, drei Stück. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wir bauen ja sechs Stück. So, und jetzt können wir hier unser Flint Stift Mesh machen. Perfekt. Und jetzt kann ich hier durchsieben. Sofern ich mich da nicht verkalkuliert habe. Und das heißt... Wo schmeißen wir das mal hin? Ich könnte mal hier diesen Furnace Slap, können wir mal rausnehmen. Übrigens Jetpack raus, wenn ich hier drin bin. Wir können die Furnace Slap mal rausnehmen und hier drüber setzen. Besten Dank. Und dann nehme ich hier das Sieb. Passt da hin. Dann kommt das Mesh drauf. Und dann haben wir das doch auch schon wieder abgehakt. Ab ins Questbuch haben wir das. Genau. Basic Sipping. Once you've crafted a Mesh, right-click the Sift to place it in. The basic String Mesh can only process dirt. The Flint and Iron Diamond can process dust. Also müssen wir da Dust reinschmeißen. Common Reward. Was haben wir drin? Totem of Ascending Head. Ich glaube, damit kann man sich irgendwelche Totems of Underhink zusammenbauen. Hier habe ich ein Totem of Spelunking Head und jetzt ein Totem of Ascending Head. Was auch immer. Ich glaube, man kann sich mit Totems bauen. Nur so nebenbei. Nächstes. Geschichte, woran arbeite ich denn noch? Four Types of Mesh Quality. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal eine ganze Menge sieben, um die Materialien zu kriegen. Silicon. Diamanten. Blaze. Ah, mit Blaze. Ich kann Blaze Rots machen, indem ich das Blaze Powder, was ich wahrscheinlich raussiebe, wieder am Kompressor zusammenkompresse. Ja, das geht. Lapis Lazuli. Glowstone Dust. Und Redstone. Und Leute, wir sind ein bisschen am sieben. Und ich würde auch sagen, mit den ganzen Spitzsacken, die ich habe, bin ich ein bisschen Asteroiden dann am abbauen, damit ich da das Gestein rauskriege. Denke ich mal. Dann würde ich auch mal kurz das Papier raus tun. Das werden wir dann später für Plastik nehmen und so dann sofort. Teppich, whatever, raus. Ich hoffe, dass ich hier die Caner Food essen kann, weil man hat mir gesagt, man kann hiermit dann mit Wolle und den leeren Cans irgendwie auch die großen Sauerstofftanks machen. Und das wäre praktisch. Apropos Sauerstofftanks. Leute, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los, kann ich. Da hin hin, da ein hin. Und hier oben tue ich das mal rein. Ja, dann habe ich was zu tun. Also, wir sind ganz viel am sieben. Und ich zeige euch dann gleich mal die Beute. Aber dann nehmen wir ganz kurz hier. Ich habe kein Essen wieder. Food Can rein, Food Can rein, Food Can rein. Jetzt geht es aber ab, oben links. So, wieder in der Base. Orc excavation abbauen und Steine farben. Trinkt extrem viel Hunger. Und jetzt schauen wir doch mal. Kann ich daraus Tanks machen? Wir können Heavy Oxygen Tanks machen. Ja. Drei Tinkanister, Compressed Steel, das müsste machbar sein. Und rote Wolle. Wir brauchen weiße Wolle, das ist auch machbar. Aber wie kriegen wir roten Farbstoff? Roten Farbstoff. Rote Beete, Poppy, das wird noch ein Problem sein. Ich hätte schon echt gerne die großen Tanks. Aber wie komme ich denn an die roten Farbstoffen? Wie geht es noch was anderes? Nicht nur Rose Red, sondern Red Pigment. Wo kriegen wir das denn her? Red Concrete Powder. Ja, können wir vergessen. Chat hat ja irgendwie noch gesagt, es geht auch mit weißer Wolle. Sicher? Sicher? Müssen wir mal ausprobieren. Ich habe jetzt erstmal genug Asteroidengestein und sowas. Und ich würde das jetzt mal hier durchcrushen. Cobblestone. Warte mal, soll ich nicht eigentlich gleich Compressed Cobb? Pass mal auf. Wir können ja schon fast gleich Compressed machen. Ich habe jetzt hier die 5, 6, 7 Spitzhacken durchgeächselt. Und es gab jetzt hier eine richtige Menge an Stein. So, dann machen wir hier nochmal. Dann packen wir hier rein. Können wir das kompressen? Alles zusammen waren das? Ne, ja, sind nicht ganz neuen Stacks. Aber ich glaube, wir können relativ gut verteilen. Compressed Cobblestone. Wir machen es einfach direkt Compressed. Das ist ein bisschen besser. Warte mal kurz. Ah, brauche ich dann. Ich glaube, ich brauche dann auch noch ein besseres Dings hier. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein besseres Gerät. Ja, kann ich zufällig so irgendwie was? War das ein Crafting? Ah ja, so machen wir das. Okay, und da müsste jetzt Compressed Gravel auskommen. Ich kann Compressed Sachen nur im Compressed Sif machen auch. Ja, und mit einem Mesh oder Harden Mesh. Irgendwie sowas war das. Ich gucke mal. Wir hüpfen mal vorsichtig hier rein. Hier gibt es doch bestimmt ein Creeper drin, aber keinen roten Farbstoff. Aber ein paar andere Blumen noch. Ich kann orangenen Farbstoff eventuell holen, der mir wahrscheinlich nichts bringt. Aber okay. Den Creeper machen wir weg. Vielleicht gibt es noch ein zweites Redstone oder so. Das heißt, den klatschen wir schnell. Und dann, ich habe Knochenmehl dabei. Das heißt, wir können da unten Knochenmehl pflanzen. Yay! Und wir können ein bisschen Glowstone. Nein, es gibt keinen Redstone für Sparky. Ja, komm schon noch mal in dieses Knockback, Knockback, Knockback. Down! Ja, mit den Herzen. So, ähm, ich wundere mich, warum die Mobs hier drin spawnen. Hier sind noch Glowstones. Als ob die bei der Helligkeit spawnen können oder was. Ich muss auf mein Leben aufpassen. Down. Nochmal eine Can of Food reingedrückt. Wie gesagt, hier, ich muss noch, ich muss noch mehrere Cans sammeln. Tatsächlich. Ja, ich klop die mal weg und dann schauen wir mal. Naja, also, Mobsen down. Ich würde sagen, ich sammle gleich ein bisschen Glowstone mit ein, weil das könnte hilfreich sein. Aber, Bornmehl. Ah, es geht. Ich habe gelben Farbstoff. Wahrscheinlich können wir den noch für irgendwas verwenden oder so. Nehme ich gerade mal mit. Und dann, na, komm schon ein rotes Blümchen, please. Ja, wir haben ein rotes Blümchen. Sehr gut. Dann haben wir roten Farbstoff und daraus können wir uns rote Wolle machen. Aber ich glaube, wir brauchen mehr als nur so ein paar Blümchen jetzt. Drei Stück noch. Okay, das hat nicht geklappt. Seeds kriegen wir auf jeden Fall raus. Nein, nur noch eine. Ich brauche, ah, drei. Okay, einen großen Tank können wir machen. Ein großer Tank ist drin. Wir wollen ja dreimal rot. Und damit auch dreimal roten Farbstoff. Aber wir können ja, glaube ich, irgendwie mit Compressed das zwei Stück, wenn ich das richtig im Kopf hatte, bei den Rezepten, können wir uns doch, ähm, links machen. Da können wir uns doch Knochenblöcke machen. Und die kann ich hier wieder zu, ähm, Baumil umwandeln. Frage, soll ich das hier so lassen? Ich glaube, ich lasse den Glaustum drin, weil ich nochmal für Farbstoff wiederkommen muss. Ähm, das heißt, wir, ja, legen den, wir kommen nochmal wieder mit weiterem Knochenmehl. Oder warte mal ganz kurz, kann man das irgendwie vermehren? Kann ich die vervielfältigen? Naja, ein Pulverizer, aber ansonsten keine anderen Maschinen erstmal. Nee. Dann werde ich die 1-1 umwandeln. Also für einen großen Tank reicht's. Leute, die Stunde der Wahrheit. Ich habe jetzt Compressed Steel gemacht mit Charcoal und Compressed Iron. Dann, ähm, ich habe hier Steel. Aus den Fäden machen wir Wolle. Und jetzt testen wir, ob das funktioniert. Auch ohne, dass wir die Wolle färben. Ich habe die Tinkanister dabei. Also Tinkanister hier. Compressed Steel nach da. Wie es krass, dass ich schon so weit bin. Und Wolle. Es geht tatsächlich. Es geht tatsächlich. Allerdings, wenn ich, ähm, da drauf klicke, steht es, dass es anscheinend nicht funktioniert. Also, die Farben wechseln ich durch. Wie gesagt, weiß man nicht. Normalerweise rotieren dann die farbigen Wollblöcke durch. Ist mir aber egal. Jetzt erstmal schön aufgetankt. Und jetzt haben wir auch einen viel, viel längeren Luftspeicher. Das ist schon mal nice. Ich bin schon wieder ziemlich lau hier drin. So. Wir achten ein bisschen auf Radiation. Gehen hier mal rein. Radiation ist wieder. Warning. High radiation consumed. Ja. Gehen wir da runter. 70%. Also, wir müssen gucken, dass wir möglichst immer auf dem oberen Ende sind. Weil die Tränke, die, ähm, ja. So. Ähm, wir haben allerdings die Möglichkeit, relativ viel Tränke auch zu brauen. Wir können Blazerot ja selbst herstellen, äh, Blaze Powder herstellen. Ich muss ein bisschen Holzkohle farben. Die fehlt mir gerade. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. So. Und übrigens zu den Tanks. Light Oxygen Tank kommt jetzt raus. Brauchen wir nicht mehr. Ja. Der ist jetzt fast voll. Kommt schon, Leute. Ganz, 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 ganz knappe Sache. Da passt auch richtig viel rein. In den kleinen passen gerade mal 900 rein. Und in den großen passen zwei oder dreimal so viel. Der hält dreimal so lang. Und das lohnt sich schon ziemlich. Ja. Dann würde ich sagen, auch den Tank machen wir gerade mal hier raus. Und ich gucke, dass ich einen weiteren kriege. Aber ohne Holz ist gerade schwierig. Ich werde ein paar Bäume setzen. Und abbauen und einsammeln. Ich glaube, ich sollte mir ein paar Compressed Crooks noch machen. Und ich brauche da auch schon wieder mehr Lagerplatz. Komm ich auch nicht hin. Wir gucken mal. Leute. Der zweite Tank. Und zwar, ich habe hier wieder Compressed Steel. Ich habe die Plates. Und ich habe auch hier die Kiste, wo die Wolle drin ist. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich vier rausgeholt. Und dann machen wir uns mal den zweiten dicken Tank draus. Dahin. Dahin. Und dahin. Oh yes. So. Damit können wir arbeiten. Auch dieser darf sich aufladen. Und ja, meinetwegen. Ich schalte nochmal kurz Strom ein. Perfekt. Ich habe mir jetzt hier Sand gemacht. Ich habe das gemacht. Wir können mit dem einen Wassereimer, den wir vorne. Oder im Wasser. Angeblich gibt es keine unendlichen Quellen. Müssen wir nochmal im Auge behalten. Ja. Dann machen wir jetzt hier, ich habe noch was gesehen. Hier Bonsai Pot. Bonsai Pot für Holz. Wir brauchen Clay. Das stellen wir her, indem wir Sand und ein Wassereimer im Kompressor zusammenhauen. Ich hoffe mal, verbraucht sich der Wassereimer? Ich hoffe mal, das ist nicht der Fall. Und dann können wir einen Hopper craften mit Kiste und Compressed Steel. Das ist ebenfalls machbar. Und dann habe ich einen Bonsai Pot. Da muss ich oben keine Bäume mehr abbauen. Kann auch diese überschüssigen. Und das ist einfach eine wahnsinnige, wahnsinnige Gewinnung für Holz. Das sollten wir unbedingt machen. Auf jeden Fall für den Anfang. Super strong im Early Game. Ja, dann teste ich das doch mal. Habe ich irgendwo noch Charcoal? Ich habe hier noch neue Charcoal gemacht. Die ist hier drin. Nehmen wir einfach mal mit raus. Packen das hier rein. Treibstoff und dann Wassereimer plus Sandgemisch. Bitte lasst den Eimer. Bitte, 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 bitte den Eimer zurück. Bitte den Eimer. Clay. Ja, und der Eimer ist da. Perfekt, Leute. Perfekt. Wasser hat sich verbraucht. Geht nicht anders, aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Zapplings rein. Und das läuft. Läuft. Perfekt. Okay. Leute, ich mache einen kleinen Folgenschnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis weiter geht es in den nächsten Part. Bis dahin. Und ciao, ciao.